Willkommen in Vietnam. Wir sind heute Morgen schon relativ früh losgefahren und eigentlich auch schon fast da, wo wir hinwollen und zwar in die Alonbrook und jetzt machen wir hier noch einen kleinen Stop an so einer Muschelperlenfabrik oder sowas, ja. Wir haben auch noch mal schön was gegessen und sind da relativ früh ins Bett gegangen, wo wir losgefahren sind und jetzt unser kleiner Stop hier und danach geht's in die Alonbrook aufs Boot und sehen wir uns später nochmal hier. Dann werden wir den Muskeln aus der Lippen entnehmen. Verwenden wir nur diese Teile der Muskeln der Lippen, dann wird der Muskel in kleine Stücke, sonst geht die Teile nicht. Oder nicht schön, nur selbst wenn wir die rausnehmen, dann sehen wir mal, wie sieht es aus, die neue Perle gut oder nicht gut aus, was bekommen wir nach Aya. Diese Außer hier, das Lippen und Aya, ja. Und da eine neue Perle rausgenommen wird, ja. Und quer zur Auffassung, Anhänger, Ring und Ringe, wir haben in Sinba und Weißgut eine Familie. Wir haben uns jetzt hier angeguckt, wie die Perle in die Außer kommt. Ich hab's noch nicht ganz gerafft, aber es sah schon ein bisschen brutal aus, auch teilweise. Wie sie diese aufmachen und das da reinquetschen. Und naja, jetzt kann man hier noch theoretisch ein bisschen was kaufen, aber machen wir nicht. Und ja, im Hintergrund sieht man auch schon nachher, wo wir hinwollen. Ich hab ja vorhin schon mal kurz gesagt, hallo, ich bin heute noch ein bisschen müde. Ich hoffe nachher, dass wir schönes Wetter haben, dann gibt's halt nicht auch wieder bald was zu essen. Aber kann ja nicht mehr lange dauern, bis wir da sind. Und das ist heute Tag 4. Jetzt sind wir hier schon mal angekommen. Hier steht zwar jetzt eine ganz andere Gesellschaft dran, als ich das eigentlich erwartet habe. Unser Reiseführer sagt ja leider nicht so viel. Deswegen lass uns jetzt mal überraschen mit. Ich glaub, jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Ist schon ein bisschen wild hier wieder. Ja, ich glaub, jetzt sind wir richtig. Detox Drink. Ich denke, dass wir mit so einem Floß dann zu dem richtigen Boot fahren werden. Ich hoffe, das klappt hier alles mit den Koffern und so. Ja, jetzt trinken wir erstmal hier so ein Detox Ding. Mit Gurke. Wetter sieht gut aus. Ich hoffe, es bleibt so. Ob das alles so doll wackelt auf dem Boot. Kann ich mal nicht so ab. Aber ich freu mich jetzt schon auf das Boot. Und dann gibt's kurz auf Summer. Und dann hab ich schon raus gehört, dass es dann Mittagessen gibt. Jetzt geht's aufs Boot. Also aufs Zubringerboot. Und dann geht's Richtung großes Boot. Vom Boot zum Boot. Vom Boot zum Boot quasi. Mit dem Boot zum Boot. Mal sehen. Der legt trotzdem mit runter. Könnt ihr glauben. Der legt trotzdem mit runter. Wir sind jetzt an Bord angekommen. Jetzt müssen wir erstmal irgendwo hin. Ich laufe einfach der Masse nach. Ich denke, man gibt so eine kleine Einweisung. Wir sind hinten. Wie immer. Wir haben jetzt unsere Zimmer bekommen. Wie immer ganz hinten in der Ecke. Wo sind wir denn? Hier? Also eigentlich ganz vorne. Wenn man vom Boot ausgeht. Das sieht man glaube ich gar nicht auf der Kamera. Zimmer 111. Am Ende des Flurs. Und das ist es. Checken wir erstmal ob alles funktionieren. Und was so hier los ist. Und dann geht's zum Essen. Wie findest du das Zimmer? Sieht schön aus. Ja. Separate Roomtour. Gibt's dann. So. Wir sind mal direkt auf der Halongboot mit dem Kajak. Hier vorne ist unser Zimmer. Und es regnet dezent. Und es gewittert. Und es gewittert. Und es geht um euch, dass wir hier oder nicht gehen werden. Und es geht um einen Aus York. Wie ist das? Du bist gut schmerz. Ich mach's nicht nöd. ich mache sich. Das ist schmerz. Ich mache euch nach. Ich mache etwas schmerzen. Wortejaht. Ich mache. Ich mache mich jetzt nicht nach. Es hat jetzt aufgehört zu regnen, hier waren Kanu fahren, war cool und ein bisschen baden Und man darf nur mit Schwimmweste, aber es ist nicht so schlimm, da treibt man hier möglichst um So, jetzt kriegen wir hier schöne Handtücher und dann gehts wieder auf Spurs Ich mag es, es ist schön Findest du es schön? Hast du es gut gemacht? Wow Musik Wir sind jetzt gerade mit dem kleinen Boot von unserem großen Boot da hinten zur Katabar Island gefahren und da schauen wir uns jetzt die Trunkdranghöhle Eine Höhle. Eine Höhle. Ich habe es vergessen. Hat man noch so schlecht verstanden, aber ich glaube so ungefähr heißt die. Schauen wir uns das jetzt an. Ungefähr anderthalb Stunden und dann geht es zurück aufs Boot und dann gibt es schon wieder Essen. Wir haben zwar gerade gefrühstückt und dann war es das leider für heute, weil wir dann nachher noch von hier, also von Hanoi nach Ruhe fliegen und dann heute Abend nur noch in unser Hotel einchecken. Aber trotzdem langer Tag. Hauptsache wir finden heute Abend noch was zu essen. Das Wichtigste. Tung Drang heißt sie. Tung Drang Cave. Wir sind jetzt da und dann gehen wir jetzt eigentlich auch schon fast rein. Das sagt ja immer keiner vorher. Wir sind noch nicht mal drei Minuten hier. Wir müssen schon klatschen lassen. Boah, schwitzig ey. Und dann können wir nicht nochmal duschen auf dem Boot. Das ist das Schlimmste. Aber hier ist der erste Mülleimer, den ich in Vietnam sehe. Da ist er. In der Stadt habe ich ihn gesehen. Ja, das ist schon spannend hier. Soll echt aufpassen. Hat schon Vorteil, wenn man klein ist. Und die Fledermäuse, die fliegen hier. Cool. Jetzt ist es auch ein bisschen Abkühlung. Also wenn ich anrufen muss, dann passiert das nicht. Diese Fledermaus war da gerade. Das war es. Wir sind raus. Jetzt geht es hier wieder runter durch den Dschungel. Noch 1000 Mückenstiche vielleicht mal abholen. Und dann geht es auch schon wieder zurück aufs Boot. Und dann müssen wir packen. Und dann gibt es Essen und dann geht es weiter. Hier geht es richtig. Zack, zack, zack. Aber hier ist es schon cool jetzt. Wir sind am Flughafen jetzt. Und fliegen nach Kurs. Und jetzt essen wir erst mal was. Für vernünftige Preise. Eine Cola in Euro. Und nicht 8, wie in Deutschland. Für die Guti-Preise. Ja, wir haben heute Hunger, ne? Darum haben wir uns jetzt Banmi noch bestellt. Heute hätte ich Frühlingsrollen. Aber die gibt es gerade nicht. Und dann habe ich mich für ein Banmi entschieden. Und in einer Stunde ist dann Boarding. Und der Flug dauert auch nur eine Stunde zehn. Und dann sind wir heute Abend in unserem neuen Hotel. Und mehr haben wir eigentlich heute auch nicht gemacht. Ich denke mal, wir suchen uns heute Abend noch was zu essen. Und dann passt das wahrscheinlich. Ja, wir gucken jetzt natürlich die Stadt nach an. Wir rennen noch 20.000 Schritte. Höchstwahrscheinlich. Wir gucken mal. Und dann melde ich mich gleich nochmal zurück, wenn das Essen da ist. Hol mal raus aus dem Ding. Heiß wie Sau, Alter. Ach so. Sieht erstmal ganz geil aus. Und? Schmeckt? Sehr schön. Dann guten Appetit. Ich muss halt neu essen. Damit die groß und stark bleibt. Ist lecker gewesen mit Ei. Ja. Guten Appetit. Hallo direkt aus unserem neuen Zimmer. Wir sind angekommen. Wir hatten ein bisschen verspäteten Abflug. Sind trotzdem pünktlich angekommen. Von Hanoi nach. Wie hat er gesagt heißt es? Höy. 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 Hur. Würde ich sagen. Aber es heißt Höy. Ein bisschen mehr ist eine Stunde. Wir sind gestartet und gelandet. Mehr war es nicht. Ja. Das ist unser neues Zimmer. Einfach mal einen kurzen Rundblick hier. Mehr zeige ich nicht. Weil das könnt ihr euch ja dann in einer separaten Umtour angucken. Und kurz ins Badezimmer einmal gedreht. Und das war es auch schon. Wir gehen jetzt gleich essen. Ähm. Er hat uns was empfohlen für heute. Und da gehen wir jetzt zusammen mit der Gruppe hin. Und da gibt es so Spezialitäten hier aus Zentral-Vietnam. Und da lassen wir uns mal überraschen. Was es da jetzt leckeres zu essen gibt. Und dann gucken wir uns vielleicht noch ein bisschen hier so die Stadt an. So zwei, drei Straßen. Wenn wir da lang gehen. Und dann war es das für heute. Und wir mussten erst mal noch ein bisschen klar Schiff in den Koffer machen. Wir bleiben jetzt hier zwei Nächte und dann haben wir ein bisschen Zeit. Also. Bis dann. Tschö.